Das Geheimnis der Glühwürmchen In Japan wird das Glühwürmchen auch gerne Mondkind genannt, denn man sagt, es sei aus den Tränen einer Mondprinzessin entstanden. Einer Prinzessin, die wohl gerne noch länger auf der Erde verweilt hätte, aber nach 20 Jahren wieder hinauf zu ihrem Vater, dem Mond, musste. Der schickte ihr einen silbernen Strahl, auf dem sie wieder zu ihm hinaufsteigen musste. So sehr weinte sie auf ihrem Weg zurück zum Mond, daß unendlich viele silberne Tränen über ihre weißen Backen kullerten und den weiten Weg zur Erde zurückfielen. Dabei wuchsen ihnen allen kleine Flügel, so daß aus ihnen die vielen Glühwürmchen wurden, die wir in Mondnächten sehen können. Jedes einzelne davon eine kleine Prinzessin. So saß auch unsere kleine Prinzessin Glühwürmchen voller Stolz in dem aufsprießenden Kelch ihrer Lotuspflanze. Niemand beachtete sie während des Tages. Aber voller Stolz, wie es sich für eine echte Prinzessin geziemt, dachte sie bei sich ganz allein in ihrem Blütenkelche. Wenn meine Zeit gekommen ist, dann werde ich schon Gesellschaft und Unterhaltung genug bekommen. Und diese Hoffnung sollte sich auch bald erfüllen. Eines Abends erstrahlte ihr Körper in einem solch wunderbaren Lichte, daß alles ringsum davon geblendet wurde. Sogar ihr Herr Vater, an diesem Abend nur als schmale, elegante Mondsichel erkennbar, zog sich vor lauter Neid hinter einer Wolke zurück. Von dem magischen Lichte angezogen, kamen tausende fliegender Insekten, um ihre Aufwartung zu machen und ihre Huldigungen darzubringen. Der große Nachtfalter umflatterte den Kelch der erleuchteten Lotusblüte ohne Unterlass. Große und kleine Käfer schwirrten unaufhörlich in der Luft oder setzten sich ihrer Angebeteten zu Füßen nieder. Zahllose, bunte Tierchen stimmten ihr zu Ehren Gesänge und Konzerte an. Aber sie selbst rührte sich nicht und tat so, als ob sie von alledem nichts, aber auch gar nichts mitbekommen würde. Seitdem spielte sich dann Abend für Abend die nämliche Szene ab und irgendwann erhob sich sogar Prinzessin Glühwürmchen aus ihrem kleinen Blütenpalast und sprach. »Lasst mich gefälligst alle in Ruhe. Keiner von euch gefällt mir wirklich. Nur den werde ich erhören, der mir ein solch schönes Licht bringt, wie ich selbst es habe.« Betroffen hörten ihre Verehrer die Worte. Und kaum waren diese gesprochen, entwickelte sich ein buntes Treiben, das an Geschäftigkeit kaum mehr zu überbieten war. Alles flog wild umher und von dannen, um ein solches Licht zu finden, wie es dem der Prinzessin ebenbürtig gewesen wäre. Ach, wie gern hätte jeder Einzelne ihr das Licht zu Füßen gelegt, aber alles Eitles bemühen. Es war nicht zu bekommen. Helden mutig stürzten sich die Tierchen in die Flamme einer jeden Lampe, einer jeden Kerze, die ihnen in den Weg kam. Aber nur, um sich elend zu verbrennen, reichten ihre Heldentaten aus, nicht um das Licht der Angebeteten zu Füßen legen zu können. Kein Strahl wollte an den kleinen Flügelchen der Bemühten haften bleiben, wie immer man sich der Lichtquelle auch näherte. Kläglich mussten die meisten ihr Liebeswagnis mit dem Tode büßen. Die spröde Prinzessin Glühwürmchen blieb nun von aller Werbung verschont und allein. Sie hätte ewig auf ihren Liebsten warten können, wenn nicht lange Zeit später plötzlich der Leuchtkäfer den Lotus zu ihr heraufgekrabbelt wäre. Sie war so erschrocken, dass ihr für kurze Zeit selbst die helle Leuchtkraft versagte. So schön und hell strahlte der Leuchtkäfer, gerade wie sie selbst. Beide waren sie von ihrer Schönheit geblendet. Sie strahlten und strahlten sich einfach nur an. Dann beschlossen sie sogleich, einander zu heiraten. Ihre Liebe sollte wie der Vollmond sein, rund, vollkommen und über allem stehend. Die armen Insekten aber, die mit so garstigen Worten von der Prinzessin auf der Suche nach ihrem Liebesglück fortgeschickt wurden, die mühen sich noch bis zum heutigen Tage. Sobald sie ein Licht sehen, wollen sie ein Stück davon für die Liebe erhaschen. Doch vergebens! Die armen Insekten Die armen Insekten